Hallo Leute, hier ist wieder der Rolf Ziller, im Gepäck ist der Maggi. Hallo. Und natürlich der Armsen. Na Leute. Und es ist jetzt ne Weile her, bei mir zumindest für... Ja, mit diesem Spiel hier. Und wir gucken mal, ob da noch was geht. Oh, hier battle hier oben. Ich glaube direkt rein. Ja, battle hier oben, battle hier oben. Battle, da sind wir dabei. Wisst ihr, das Spiel geht und battle. Keinen erwischt. Heißt der einer der Malle? Was mach ich denn hier für Sachen? Was kann ich denn hier für Sachen machen? Ah, die Dreckscheide. Wir haben schon, äh, schon gefällt. Also Rolf hat hier mal wieder sein, ähm, main sozusagen, war fast. Wie war das nochmal? Still the main! Ein Noob-Barack. Ganz sicher. Ach, muss ich hier hin scheißen? Wie kann ich hin scheißen? Achso. Scheißen kannst du mit, äh, ich glaub mit D. Okay, ja. Also ich bin auf der Midland, ich hab jetzt gegen Malle und Arthas hab ich zu tun. Ist so ne Sache. Ist so ne Sache. Wir sind unterwegs. Kann in die Hose gehen. Oh, Alter bin ich, bin ich schnell wo ich geschissen hab, Alter. Ist ja immer richtig geil. So, ich riskier jetzt erstmal nichts. Ja, los, die muss da drauf gehen. Oh, sagte er. Tempel, Tempel, Tempel. Tempel ist wichtig. Ja, ich geh Tempel, ich komm Tempel. Arthas ist unten. Ich würd oben gehen. Kommt doch am Brunnen. Das reicht doch, Magi. Kann wir machen das. Ne. Achso, okay. Stell mich mal oben drauf, damit ich ein bisschen rausquetschen kann. Ja, oben ist, ne? Oben ist erstmal noch, ähm, noch geht oben. Ja, warte auf. Du machst den Shit. Ich bleib im Busch. Und guck mir die Kacke an. Da kommt nämlich jetzt, äh, die dumme Heldin. Die Sylvanas. Nein, bleib hier, bleib hier. Wir müssen einen auf jeden Fall securen. Ja, baitet ihn mal so ein bisschen ran. Ja, baitet ihn mal rein hier. Ich will mal ne Baitlinge auf sie rummachen. Da ist auch noch der andere Arsch. Ja, dann holen wir uns den anderen Arsch. Hier oben der Tempel ist safe. Das tört mal bei dem anderen oder so. Wow. Oh, hast du gesehen? Die haben gesessen. Dinger. Hat was? Vorsicht, der ist ja noch da. Der ist ja noch da. Der kann ja noch einiges. Ach, der kann nichts. Ich spiele das erste Mal gegen den Lohen. Mal Fremdlöhren? Ja, Arsch, 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 Arsch. Ah, okay, Tempel ist ja sicher. Ich muss mal kurz. Äh, scheinbar sind meine schon angerufen. Oh ja, was hört sich da wieder an? Mach die Käferscheiße hier. Äh. Bam! Der da hinten, der alte Abi hier. Der Ligo-Hack. Einer hab ich gebammt, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich hab keinen Männer mehr. Easy. Muss ich nochmal scheißen. Ja, das ist immer gut. So, wir sollten uns wieder verteilen, oder? Wie geht das? Definitly. Oh, hier ist der Wichser. Der ist ja so schnell. Den kriegen wir nochmal. Den kriegen wir nochmal. Den kriegen wir nochmal. Jawohl. Gleich doch. Und wieder. Still the main. Oder wie? Bronn und dann mal die Spacken. Damit ich dir wieder auf. Auf Midlane, genau. Was ist denn los? Was ist denn los? Was hat's denn los? Er hat einfach... Ist nervös. So, aber ich wollte gar nicht hier groß engagen. Ich wollte einfach mal nur zeigen, wer der Babo ist hier. Hm. Und da haut der auch ab. Der mal cool, dann. Maa, Pippelkönig ist schon gerade da. Wir müssen aber nicht, nicht... Den Farmen halt vergessen. So, ähm. Warte, wir müssen zusammen, ne? Hang? Ich hab so wenig Mana, weißt du? Ich bin quasi fett Arsch. Sag mal, nicht reingehen soll. Ja, warte. Ich hab noch keine Verstlinge. Tempel? Komm, wir gehen Tempel. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall Tempel. Ich weiß auch. Ähm. Yes. Oh ja, das ist geil. So. So. Den Tempel unten dürften wir sicher haben. Leo rück kommt vom oben. Es dürfte eigentlich nur einen Tempel jetzt geben. Ist der zweite Tempel nicht. Jaaaa. Und bam. So, das erste Match seit langem läuft eigentlich bis jetzt ganz gut. Yes. Muss mal jemand mit rein wieder. Silvanas, Silvanas, Silvanas. Okay, die gehen nicht so wahnsinnig. Die machen hier den Leo rück. Stop Shot. Ja, da hat sie mich reingelockt. Ahhhh. Und ich sagte gerade noch, das läuft ganz gut. Ja. Kann man sehen, wann die da kommt? Wenn die Anzeige voll ist, oder was? Ja, wenn die Anzeige voll ist, ja. Yes, 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 yes. Ich hoffe, dass ihr da. Den kriegt ihr. Geh auf die Midlane, weil bis ich da bin, da Tempel ist er sowieso weg. Tempel? Fertig. Ne, pass mal auf, dann lass uns mal hier treffen. Mixer gegen den Tod. Jawoll. Äh, Lowcamp. Belagung. Ich muss jetzt einmal nach Hause. Ich muss Mana holen und so. Okay. Okay, wir müssen keinen Vorsprung geholt. Ja, immerhin. So was hast du? Haarcamp oder was? Ja, das wäre auch ne Idee. Kommt ihr dann hoch? Ich fang schon mal an. Komm. Was mache ich denn dann? Ein Buddel-Technisch. So ein bestes Tier hier, was ich hier dann erschaffe. Rüdiger. Jägerkiller. Ach, du meinst die Mutralisken oder was? Ich weiß nicht, wie der heißt. Jägerkiller. Da ist am Anfang ja die Hydralisken, ne? Ja, muss sagen, dass das so heißt. Genau. Und dann kannst du daraus die Fliegenen machen. Das sind dann die Mutralisken eigentlich, aber wie sie auf Deutsch heißen. Oh, 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 Silvanas. Ja, aber. Zu far away. Ja, nix zu far away. Ja, nix zu far away. Ja, nix zu far away. Ja, hier noch Malle. So, ich mach die Netzexplosion. Ich mach dieses verschlingenden Schlunter. Ich geh jetzt auf den Turm. Ich geh auf den Turm. Ist mir egal. So, reingehen. Malle ist da. Los, Malle. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, das ist der Kofan. Achso, okay. Alles klar. Ah, zu früh gefeuert. Entschuldigung. Okay, wir killen die einfach in andere Richtung. Ja. Scheiße, hat mich erwischt. Hab ich. Gut. Wieso holen die sich die ganze Zeit den Guckpunkt, das ist noch meiner. Ja, hab ich mich. Richtig, richtig. Ich würd sogar sagen... Was ist zu spät? Schade. Was ist zu spät? Ich geh nach unten auf den Tempel, ja? Oh, 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 ich bin mitten reingerannt. Ja, warum bin ich denn hier, äh... Oh, ich hab ein Problem. Oder... Wieder zu Fuß unterwegs. Versuch den mittleren Tempel zu securen, ich versuch mal was, was ich unten reisen kann. Ich kann hier grad gar nix securen, wir sind hier grad fett am Arsch. Das ist natürlich schlecht. Wir haben sie jetzt gerade so zurückgeschlagen, aber ich muss zurück... Maggie, geh nicht mit. Geh nicht hinterher. Nein, nein. Geh zur Mitte mit zum Funkelchen. Na, ich krieg hier Besuch? Ich komm hier hin. Geh du weg unten, Rolf. Na, ich, äh, die halt ein bisschen hier. Ja, also Hilfe kann ich von euch nicht kriegen jetzt gerade, ne? Ne, jetzt, äh... Ja, dann bin ich hier unten noch verloren. Jetzt, jetzt, jetzt komm runter. Ja, gut, dann geh ich rein. Warte, warte, mach nicht so früh. Dann geh ich rein. Warte, 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 warte. Okay, ja, hau rein. Mach den Ausgang zu. Alles kommt, Arsch, hast du auch noch? Kriegen wir. Den kriegen wir auch noch. Takt, eingesponnen. Platzieren, bitte, Leute. Okay, sehr schön. Er ist eingesponnen. Ja, 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 ja. Okay. Hab ich. Easy. So, hier ist Boss. Ich sollte öfter ne Pause machen, Leute. Das läuft ganz cool. Ja, 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 schon, gar nicht schön. Hey, Leori. Hey, die Saarbeiter. Hast du einfach mal ne Ult hier rausgenommen? Na, ist egal. Äh, hier, komm. Ja, das wird's aber knapp, ne? Hier sind wir noch mit einem Tuch. Egal. Raus. Oh, die hat nicht die Bodyblock. Ja, das ist nicht schlimm. Gehen wir hin, scheiß ein bisschen. Da kommt die von hinten Silvanas. Liegen wir kommen, komm, Burst damage auf den Boss, bitte. Burst damage. Ja, weil, ne? Ich mach ja keinen Burst damage. Super. Ich, äh, bin gleich tot. Wenn das aber hier geht. Hier, Leori, bitte. Ich kann ihn mal einmal im Erskind da lassen. Aber mir kann ich auch nicht machen. Oh, fuck, unser Vorjohn ist schon im Arsch. Eigentlich kann man auch noch. Easy. Ich geh kurz zurück. Puh, zwei Level vorne. Ähm, ich würde sagen, ich push mal kurz oben dagegen. Mh, ja. Ich komm dann nach oben zum Harcamp. Gut, unten läuft was auf alle entgegen. Das ist okay. Der Schaden ist auch einmal schön rin hier in die ganze Masse, die auch viel bringt. Macht das Harcamp eben zu Ende, ne? Tempel. Jaja, ich geh zum Tempel. Wenn ihr bereit seid, dann buddel ich mich hier so durch von oben. Naja, ich bin auch so gut wie beim Tempel da. Ne, macht das schon. Ich steh mal oben im Gebüsch. Äh, ok. Oben ist Sylvanas. Kriegen wir die? Oh, ja. Ich hab das vorgetroffen. Komm, zwei hoch. Komm, zwei hoch, Magge. Geh zurück. Naja, ich sehs. Einer ist hinter dir. Einer ist hinter dir. Naja, ich sehs. Geh durch, geh durch. Komm, ich komm mal. Komm, ich komm mal. Ich hab zwei gefressen. Oh, gut, 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 gut. Ich hab nochmal ein Netz. Fällig? Den Druck. Netz, den Leoric. Ja. Scheiße, Mann. Hätten wir hier nicht unbedingt sterben müssen jetzt, ne? Egal, hier unten ist der Leoric. Wir dürfen uns nicht da reinziehen lassen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, kommt schon. Haben wir den Tempel? Ah, den Hamm. Lauf, der macht hier einen hellen Schuss Schaden. Ja, der hat aber keine Chance. Ja, die Scheiße ist sich anders mit ihnen weg. Lass, lass die, lass die Top-Lane. Lass die Top-Lane. Lass die Top-Lane. Lass die Top-Lane. Lass uns lieber. Ohne. Ja, da kommt ein Camp angelaufen. Wir können das Camp ja nicht nur ruhig machen lassen, was es will. Ja, da haben wir auch wieder recht. Dann komm ich wieder rauf. Ähm, Blut für Blut. Das brauch ich. Okay. War es das Camp? Ich hab euch gecleatet. Das ist sehr gut. Die müssen nämlich gegen unsere Camps drücken unten. Ja, aber die waren auf jeden Fall gut beschäftigt. Kriegt ihr den Leoric da oben? Ja, genau. So, jetzt, was können wir denn holen hier? Da ist nix, da ist nix. Unten alleine, hinter euch ist der Leoric. Hier ist die, äh, oh oh, Arthas und die Elfentussi. Das Problem ist, der Leoric wird immer angezeigt, auch wenn er tot ist. Geht rein, geht rein. Ja, ich will lieber hier ein bisschen safer machen. Okay, jetzt noch. Ab ihn. Noch zwei Sekunden des Ulti. Sauber. 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 Alles perfekt gelöst. Perfekt gelöst. Jetzt zieht's hier unten. Ein ausgezeichneter Schlag. Ah, okay. Aber ist super gelaufen. Scheiße. Einer gefressen, einer eingesponnen, äh, Lowcamps holen. Genau. Moment. Ey, wollen wir nicht verarschen? Wieso sind die hier? Da ist sie immer nur so kurz tot. Da auch. Hier unten ist der Malle. Bis auch, der Leoric ist auch schon wieder fit, der kommt von hinten. Ja, ja. Und gerade das Funkelchen. Na ja. Eine Überraschung für den. Du mal da oben in der Nähe von dem oberen Tempel. Wenn du ihn holen kannst, wäre das schon nicht ganz so ungeil. Ja, Vorsicht, passt auf. Ja, aber ich kann den Leoric nicht hauen, wenn der, wer tot ist hier, ne? Ne, hauen wir, wer tot ist. Ich hab die Ulti noch, ne? Falls ihr die braucht irgendwie, sag Bescheid. Oh, 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 ja, ich war hier gerade ganz hart hier. Ist schon zu spät, glaube ich. Ich hab' nicht aufgepasst, weil dieser Leoric, der steht dann halt hinter einem. Und ist dann auf einmal wieder da. Ja, die holen sich jetzt das Slowcamp. Ja, gut, lass uns das Locken empfohlen. Wichtig ist erstmal, dass wir oben den Tempel haben. Da stehen ja gerade ein bisschen. Die anderen drei sind auch oben, also passt eher auf, dass du nicht noch stirbst. Ne, ne, ich sterb nicht. Ne, ne, ich sterb nicht. Wir haben natürlich nicht. Versuch dann so ein bisschen in die Türme reinzubeten. Das ist alles im Moment nicht so das Problem. Ja, unten ist durch den Tempel, oben ist durch den Tempel. So, jetzt, jetzt müssten sie hier mal. Silvanas geht jetzt nach vorne, Alter. Und die fehlt jetzt genau hinten da, wo wir jetzt eigentlich Sachen machen müssen. Los, den Arsch, das kriegt er ja wohl. Ja, da wird er ja noch. Hier, der alter Leichenkorb, Vorsicht. Wie braucht das? Glaubst du wohl nicht, dass du dich mehr heilen kannst, als ich, mein Freund? Ja, gut, er hat aber auch schon Unterstützung. Jetzt, wir waren das Junge, mach doch drauf, du altes FUT, ey. So, gleich den Boss hinterher. Hab ihn, meine, super. Der Leoric, gib mir mal Hard-Oppen-Keks. Ja, der ist auch nötig. Ja, der ist auch nötig. Ich hoffe, der wird auch bald meint, dich über ein Scher. Ähm, falls jetzt jemand kommt. Der ist rein, rein, rein. Ja, ja, ist easy. Ähm, ist er noch Kampf jetzt. Der ist gleich drauf, gleich drauf auf den Leoric. Ach, da ist er. Na gut. Ach, da ist er doch. Ah, der haut da wieder ab. Feige Sau. Ja, wir lassen einfach mal den Wechsel. Das ist wie so'n McFly. Ja. Feige Sau. Aber das war ne Bestlingsbombe, du Schweinehund. Ähm. Du kotzt dich aufbauen, ey. Versuch, ihn von unten den Weg abzuschneiden. Mein Mana, ich koch Mana. Ähm, weg ist er. Ähm, ich hol. Ein Hardcamp hier. Dembel. Und dann Hardcamp, würde ich sagen. Boah, der Leoric ist schon wieder da. Ja, das ist unglaublich bei dir. Vorsicht, Magi. Ich weiß nicht, was der so drauf hat, wenn der Dole ist. Und der erscheint wieder, wenn nicht Energie voll ist. Ja, wenn der Weigner voll ist, ja. Ah, nicht getroffen, ich Idiot. Ja, es hat sich dann für ihn voll gelohnt. Ja, das ist irgendwie immer. Also, ich hab den Schlund jetzt ready. Hm. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen Heilung kriegen, aber ich... Oh. Achso, ich kann auch mitkämpfen, ne? Heilung ist natürlich schlecht, wenn man sich treffen lässt von den anderen. Die werden uns jetzt irgendwie zusammen engagieren müssen, wenn wir... Ja, das ist deren einzige Chance. Aber wir sind einfach geiler. Das denke ich auch. Geht nicht so weit. Ne, ich warte auf die Sylvanas. Malphurion holt sich jetzt den Aussichtspunkt, oder doch nicht? Doch? Ja, lass uns mal unser Hardcamp noch machen, dann gleich nach dem... Ja, jetzt, 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 jetzt reicht er schon. Ja, eventuell war sie da. Ja, ne. Nein, tun sie nicht. Da, 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 da... Ja, ja. Wie macht sie schlund? Ja, Habräder? Ja, aber wieder beide erwischt. Boah, ist das geil. Also, es gelingt im Grunde viel bis alles im Moment. Ja. so ein bisschen wir können hier müssen ja ich gebe erst mal im arthas ich weiß gar nicht was er hier will warum spielt warum spielt der überhaupt mit ja der hat geportet der ist weg ich gehe mal durch die mitte weil wir sind schon an der wir ja schon ich werde den arthas jetzt einfach mal kaputt so ich habe den mal links ich versuche die alte zu fressen fehler 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 da war ich ganz kurz ein bisschen confused und hat mich verklickt ich gehe zum beispiel nach oben bin dann rein engaged das wollte ich gar nicht und ich gehe zum zentrum wieder aber ist eigentlich kein weinbruch das ding haben wir im sack mein schaden ist ja ganz okay sogar finde ich und wir müssen mal keinen reporten ja es war erstaunlich alles zusammen gearbeitet das funkelchen hat ja 30 nobel das ist ja immer richtig schön ja also falls ihr euch auch wundert warum bei mir weniger hots kommt das ist einfach deswegen ich kann nicht mehr aufnehmen weil ich keine spiele mehr finde weil ich so viele leute reportet habe mit denen kann ich ja nicht mehr spielen die ganzen millionen battle.net user erst alle reporten klar erstmal wenn ich verliere alle reporten alle fünf alle fünf mich selber auch jedes mal ne ne ich meine die gegner wer mich schlägt wird reportet der muss einfach anhaben nein äh war ein gutes match war auch mal wieder cool hots zu zocken machen direkt noch mal ein bisschen was weiter würde ich sagen danke fürs einschalten lassen paar kommentare da und so ne ja haut rein läuft genau bis zum nächsten mal macht's gut ciao